Ey, ho was geht ab Leute, das ist Jay und das ist Arie und zusammen sind wir Legendaria Film. Kommt zu einer neuen Folge von Filmgeek. Es ist kaum zu fassen, aber mal wieder neigt sich das Jahr dem Ende zu. Und das bedeutet, es ist wieder Zeit für Weihnachtszeit. Zeit. Und einer der Filmklassiker der Weihnachtszeit ist natürlich Home Alone, a.k.a. Kevin allein zu Haus. Die Story, die sich um den kleinen Kevin McAllister dreht, der zu Weihnachten zu Hause vergessen wurde, während seine Familie ohne ihn in den Urlaub fährt. Und naja, so wie das halt läuft, gibt es seit diesem Jahr auch eine weitere Fortsetzung dieses Filmes. Nämlich Home Sweet Home Alone oder auch Nicht schon wieder allein zu Haus. Und wie ihr es euch schon denken könnt, gehört dieser Film nicht unbedingt zu der Crème de la Crème der Filmwelt. Um genau zu sein, gab es bei Rotten Tomatoes ganze 18% und bei IMDb immerhin eine 3,5%. Die Frage ist natürlich, was diesen Film jetzt so unterdurchschnittlich unterhaltsam macht. Und da kommen wir mal wieder ins Spiel. Auf den ersten Blick unterscheiden sich die Filme inhaltlich jetzt nicht sonderlich. Und ich denke, das sollen sie auch gar nicht. Es gibt einen Boy, eine Familie, die ihn vergisst und zwei Menschen, die unbedingt in das Haus der Familie einbrechen möchten. Alles wie gehabt. Die ersten Fragezeichen kamen bei mir jedoch, als man den Boy, sein Name ist Max, und seine Ma das erste Mal in der englischen Originalfassung sprechen hört. Okay, well, you'll just have to wait till we get home then. You sure about that? Do the maths. Sie haben als die einzigen im Film einen britischen Akzent? Ich meine, versteht mich nicht falsch, es gibt kein Problem mit dem Akzent. Aber niemand anders im ganzen Film, bis auf Max' Schwester, nicht mal der Rest der eigenen Familie hat diesen Akzent. Hey Bethany, is this a good time for a selfie in front of an Uber? Hashtag illjudged. Das Ganze lässt sich einfach erklären, da sie eigentlich aus London sind und später erst in die USA kamen. War das notwendig? Nein. War das etwas verwirrend? Ja. Merkwürdiges Detail, aber könnt ihr entziffern, was hier gesagt wird? Holborn, call the police. Montag ist es 13 Grad mit klarem Himmel. Ja, ja, ihr habt das richtig gehört. Deren AI, Homesteuerung, hat aus irgendeinem Grund Deutsch mit Max gesprochen. Warum? Weiß man nicht. Ich frage mich, ob man das lustig finden würde, wenn man die Sprache selbst nicht versteht. Dabei bleibt es aber nicht. Die haben sich scheinbar irgendwie auf ein deutsches Theme geeinigt, weil, auch wenn das nicht so verständlich war, da wird gerade Deutsch geredet. Wir sind nach dem, wir sind nach dem Programm, Programm, Programm. Weiß irgendwer, was da gesagt wurde? Hier hört sich das ein bisschen gekonnt an. Großmutter! Wir kommen in Frieden! Frieden ist Peace. Einfach ein bisschen German brabbeln. Wieso nicht? Nur ein bisschen komisch, dass sie einen französischen Akzent dabei haben. Und einen französischen Akkordeon im Hintergrund. Neben vorzüglichen Deutsch-Skills scheint deren Homesteuerung aber auch generell exzellente Unterhaltungsskills zu haben. Ich kann nicht meine Mutter kenne. Und wenn ich die Polizei oder jemanden erzähle, werden sie meine Eltern in den Kälten. Eine Blu-Wale-Veins sind groß genug, um ein adultes Mensch zu überwinden. Wie soll das helfen? Generell sind die Jokes in diesem Film nicht so wirklich einfach einzuordnen. Soll das jetzt lustig sein oder unfassbar merkwürdig? Es war nicht immer einfach einzuordnen. Als repräsentatives Beispiel dient der Sprachgebrauch der Boomer-Generation. Am I right? Yes, the schools here are amazing. Correct, Jeff? Yeah, some of the best in the state. They are totally lit. Totally lit? Okay, verstehe. Und was brauchst du, wenn du zu viele L's kassiert hast? Richtig. We need a W, Pam. A win? W. That's right. You deserve the W. Falls sich jetzt irgendwer fragen sollte, was L's und W's nun genau sein sollen, wir zeigen es euch am Beispiel der beiden einbrechenden Pam und Jeff. Da sie ja versuchen in ein Haus einzubrechen, starten die beiden verschiedene Manöver, die immer wieder in irgendwelchen Arsstritten resultieren. Ein klassisches L. Kurz für Loss. Max im Gegensatz kassiert die meiste Zeit W's, also Wins, weil sie die Arsstritte von ihm kassieren. Capiche? Mehr dazu bei Joan Arias Boomer-Slang-Crash-Kurs auf www.joen-aria-slash-crash-kurs-slash-boomerslang-slash-diesen-kurs-gibt-es-nicht-in-wirklichkeit-dot-com. Immer kurz eine andere Frage. Wie hört sich das eigentlich alles auf Deutsch an? Ja, die Schulen hier sind fantastisch. Nicht wahr, Jeff? Ja, einige der Besten in der Region, sie sind total... lit. Gut, ich würde mal behaupten, auf Deutsch ist das mindestens genauso unangenehm. Will ich dann überhaupt fragen, wie es mit der W-Szene aussieht? Wir wollen aufs Treppchen, Pam. Wir wollen gewinnen. Wir wollen aufs Treppchen. Okay. Das Ding ist hierbei, und das muss man ganz klar sagen, die deutsche Version konnte gar nicht gewinnen, also egal, was sie hier gesagt hätten. Und es hätte um ein Vielfaches schlimmer kommen können. Sie hätten nämlich zum Beispiel auch sagen können, wir wollten... Das weh. Aber keine Sorge, für unangenehme Momente wurde auf jeden Fall noch gesorgt. Beispielsweise in dieser Szene, in der Leuten ins Gesicht gefurzt wird. Wollen wir den Clip wirklich abspielen? Ja, let's go, sonst denken die ich lüge. One, two, out. Sorry, I'm sorry. Das ist doch Comedy Gold. Die guten alten Furz-Jokes. Wer liebt sie nicht? Wie aber bereits schon erwähnt, ist dieser Film gefüllt mit Manövern, die man auf jeden Fall hätte einfacher lösen können. Zum Beispiel könnte dieser Typ hier einfach aus dem Pool klettern, aber er entscheidet sich, wie ein Fisch auf dem Land herumzuzappeln. Um eben ein bisschen mehr Drama reinzubringen. Oder hier auf dem rutschigen Boden ist es wahrscheinlich nicht die schlauste Idee, auf der Stelle zu rennen. Sehr, sehr abenteuerlich wird es aber dann, als Max sich dazu entscheidet, Mentos in eine Cola-Flasche einzuführen und diese dann auf die Einbrecher wirft. Anstatt einfach wegzurennen, tanzt Pam unter dem Strahl der Cola-Flasche umher und lässt sich dann mit unzähligen weiteren Flaschen raketenartig abschießen. Und als wäre das nicht genug, schießt Max dann Jeff mit einer Billiardkugel ins Gesicht. Das Ding ist, beim Schauen des Films habe ich mich immer wieder gefragt, für wen ist dieser Film eigentlich gemacht worden? Weil auf der einen Seite ist der Film halt ultra gewalttätig, wie man hier unschwer erkennen kann. Aber auf der anderen Seite halt eben sehr ulkig und lächerlich fast schon. Das eine schließt also eher auf ein älteres Publikum und das andere auf ein sehr junges Publikum. Und versteht mich nicht falsch, die ersten beiden Home-Alone-Filme waren auch ziemlich gewalttätig und waren irgendwie dann trotzdem auch für Kids. Aber wie gesagt, das Ganze wurde nie ins Lächerliche gezogen, so wie hier. Ich weiß nicht, für mich war das einfach ein sehr komischer Vibe. Aber vielleicht geht's auch nur mir so. Was aber als nächstes folgt, ist meiner Meinung nach ziemlich schwer zu toppen. Jeff ist nämlich K.O. und diese Zeit nutzt Max, um ihm eine VR-Brille aufzusetzen. Und als Jeff dann aufwacht, denkt er allen Ernstes, er ist in einer anderen Welt. Warum sind diese Einbrecher so ultimativ dumm? Das ergibt gar keinen Sinn. Fällt's dir nicht auf, dass dein Kopf um einiges schwerer ist als vorher? Nicht mal ein bisschen? Und was bitte soll das sein? Okay, ich muss erst mal wieder runterkommen. Denn es gab tatsächlich auch ein paar Momente, die ich sogar persönlich ganz unterhaltsam fand. Zum Beispiel, dass Schauspieler Devin Rattray, aka Buzz McAllister, also Kevin McAllister, größerer Bruder, seine Rolle in diesem Film als Polizist einnimmt. Dieser glaubt ironischerweise, dass ihm sein Bruder Kevin pranken will und daher ermittelt er nicht wegen des Einbruchs im Haus von Max' Familie. Nice try, Kevin. Nice try. Trout snapper. Außerdem sind hin und wieder Kommentare sogar ganz witzig, wie zum Beispiel, als Max' Mutter im Flugzeug einen nervigen Sitznachbarn hat, der ihr die ganze Zeit auf die Pelle rückt. Sorry, das ist... Am I looking at your screen? Oh, okay. I didn't even realize I'm doing it. Classic. Classic. Oder als sie realisiert, dass Max nicht bei ihr ist und der Onkel dann so reagiert. You do realize that because of you I'm in Japan and my ten, ten year old son is at home by himself. Yeah, but first world problems, you know. First world stop it! Nichtsdestotrotz wird man das Gefühl nicht los, dass diese ganzen Schwierigkeiten auch hätten vermieden werden können. Pam und Jeff wollen nämlich die ganze Zeit nur ihre wertvolle Puppe zurückhaben, aber, und das ist jetzt der Twist, die Puppe hat nie das Haus verlassen. Ihr Vollidioten. Sorry, aber come on. Die feuchten Manditen waren teilweise auch extrem dumm. Aber das ist Next Level Stuff. Hättet ihr nicht einfach den Jungen fragen können? Ganz normal lieb. Hättet ihr nicht die Mom anrufen können? Hey, hat der die Puppe genommen? Nein? Yo Max, was mit der Puppe passiert? Ist zu Hause? Ah, cool. Problem gelöst. Film vorbei. Sorry. Manchmal macht mich sowas ein bisschen sauer. Einfach nur, weil ich persönlich feiere das nicht so, wenn Filme einfach komplett offensichtliche Lösungen einfach ignorieren und so tun, als ob das gar keine Option wäre, nur damit der Film passieren kann. Natürlich nur mein Senf, aber sowas stört mich, ehrlich gesagt. Okay, wir haben uns jetzt sehr ausgiebig über diesen Film lustig gemacht. Ich würde aber gar nicht behaupten, dass er komplett trash ist. Was ich aber schon sagen würde, ist, dass er im Gegensatz zu den alten Filmen alt aussieht. Wo er neu ist. Aber ihr wisst, was ich meine. Da neigt man dann schon doch dazu, dem Onkel von Max in einer Hinsicht zumindest zuzustimmen. Checkt auf jeden Fall unser letztes Video ab, falls ihr es noch nicht getan habt. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung oder ihr könnt auch hier klicken. Vielen Dank an dieser Stelle an Google, dass sie uns mit ihren neuen, hauseigenen Smartphones ausgestattet haben. Den neuen Google Phones. Das Phone, das sich dir anpasst. Das Google Phone, wir haben hier das Google Pixel 6 Pro, respektiert und versteht deine Nutzungsgewohnheiten und richtet sich ganz individuell danach aus. Es wird also wirklich zu deinem persönlichen Phone. Das Ganze passiert mit der Hilfe des intelligenten Google Tensor Chips, der zum Beispiel dafür sorgt, dass sich der Akku an deine Nutzungsgewohnheiten anpasst. Der Akku wird also nur da eingesetzt, wo du ihn wirklich brauchst. Oder die Live-Übersetzung, die beim Chatten mit den gängigen Messengern in Echtzeit in elf verschiedene Sprachen übersetzen kann. Mit der Google Lens aus dem Phone kann aktuell sogar in bis zu 55 Sprachen live übersetzt werden. Die hochmoderne Pixelkamera bietet durch ihre größeren Sensoren sattere Farben, besser erkennbare Details und ein Ultra-Weitwinkel-Objektiv, mit dem auch die ganze Gruppe auf das Bild passt. Mit dem magischen Radierer lassen sich ungewünschte Elemente in deinen Bildern easy entfernen. Intuitive Bedienung, praktisch für jeden und besonders nativ für alle, die bereits Google-Dienste wie Google Docs, Maps und Co. verwenden. Wenn ihr mehr über das Google-Phone erfahren wollt, klickt gerne den Link in der Infobox. Und ansonsten würde ich jetzt sagen, hot your reason, pisen!